Peace Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Heute zeige ich euch, wie ihr extrem schnell für den Sommer definiert werdet. Viel Spaß! Ja, und bevor wir losstarten, suche ich mir hier noch schnell ein schattiges Platz. Ich würde sagen, da vorne, da ist es gut. Und ja, dafür nehme ich hier den Sessel mit und dann kann es schon losgehen. Heute zeige ich euch, wie ihr extrem schnell für den Sommer definiert werdet. Und das Ganze splitten wir in zwei Faktoren auf. Faktor Nummer 1 ist die Ernährung und Faktor Nummer 2 das Training. Ja, ihr kennt mich, ich halte alles immer so einfach wie möglich und genau das versuche ich wieder in diesem Video auch. Aber bevor wir losstarten, gehen natürlich wie immer die Grüße raus, Freunde, heute an Nathanael Philipp, der Clemento, Luke 01129, Android und Vincent Hübner. Seid gegrüßt, Freunde! Wir starten mit der Ernährung und ich möchte euch alles Grundlegende erklären. Also, ich möchte jetzt nicht wissenschaftlich werden, nicht mit Fachausdrücken protzen, sondern ganz easy und simpel erklären, wie das Ganze funktioniert und natürlich auch so schnell wie möglich. Also, ich würde sagen, wir fangen schon direkt mit der Ernährung an, nämlich, was zählt bei der Ernährung? Was bei der Ernährung zählt, Freunde, ist ganz, ganz easy, nämlich der tägliche Kalorienbedarf. Natürlich ist natürlich, natürlich ist natürlich. Es ist vor allem wichtig, dass ihr wisst, wie viel Kalorien ihr täglich essen dürft, damit ihr gleich bleibt, also nicht zunehmt und nicht abnehmt. Das ist eben darum wichtig, damit ihr wisst, wie viel ihr essen dürft. Und dafür gibt es die App MyFitnessPoll. Ich verlinke sie euch unten in der Videobeschreibung. Und nein, ich habe keine Kooperation mit MyFitnessPoll, nur ich nutze die App selbst und auch meine Athleten nutzen die App und es ist so, so hilfreich. Gut, also, ihr geht in die App MyFitnessPoll, wenn ihr noch keine 18 seid, dann vorhin gebt ein, dass ihr 18 seid, also das ist natürlich eure Verantwortung. Aber meiner Meinung nach, ich sehe nichts Schlechtes daran, wenn man anfängt, sich bewusst zu ernähren und sich nicht nur jeden Dreck reinstopft. Und ganz am Anfang öffnet ihr einfach die App und gebt ein, wie groß ihr seid, wie schwer ihr seid und wie viel Kilos ihr pro Woche abnehmen wollt. Warum abnehmen? Denn wir brauchen ein Kaloriendefizit, um eben abnehmen zu können. Das ist das Fundamentale an der ganzen Geschichte, also wir müssen weniger essen. Und das Coole an der App ist, die App haut euch schon direkt euren Kalorienbedarf raus, den ihr eben braucht, um abnehmen zu können. Wichtig wieder, ihr nehmt nicht rapide ab, damit nicht der Jojo-Effekt wieder eintritt, sondern kontinuierlich und gleichmäßig. Und vergesst nicht, Freunde, als letzter geht immer das Fett hier im unteren Bauch, an der Hüfte und unteren Rücken weg, einfach weil es in der Körpermitte ist und wir genetisch dazu veranlagt sind, hier eben das Fett zu speichern. Also lasst euch auf keinen Fall entmutigen, ihr werdet sehen, ihr Weltresultate erzielen, einfach nur durchziehen. Also gut, wir wissen jetzt bereits zur Ernährung, dass wir ein Kaloriendefizit brauchen und wir wissen jetzt, wie viele Kalorien wir täglich essen dürfen, also jeder für sich persönlich durch die App MyFitnessPoll. Und das war's, das war jetzt bereits das Wichtigste. Wenn ihr den Kalorienbedarf einhält, dann werdet ihr kontinuierlich abnehmen. Wichtig ist aber noch, dass ihr ungefähr 1,8 bis 2,5 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht täglich zu euch nehmt, weil der Muskelleben aus Proteine besteht. Und deswegen müssen wir ihnen natürlich auch genügend Proteine liefern. Wenn ihr das macht, werdet ihr abnehmen und gleichzeitig eine gute Muskulatur aufbauen können, beziehungsweise beibehalten. Und damit ihr täglich circa 2 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht essen könnt, also wenn du jetzt 50 Kilo hast, 100 Gramm Proteine täglich, dazu müssen wir natürlich auch woanders einsparen. Also da würde ich sagen, empfehle ich euch die Low-Carb-Diät, also dass wir einfach weniger Kohlenhydrate essen und dafür dementsprechend mehr Proteine und eben das Wichtigste, nicht über den täglichen Kalorienbedarf kommen. Dann steht euren Zielen nichts mehr im Weg. Genau. Das ist jetzt das Wichtigste, was ihr wissen müsst, aber ich habe natürlich auch ein Video abgedreht, wo es noch ganz speziell um die Low-Carb-Diät geht. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Das könnt ihr euch natürlich auch anschauen, wenn ihr wollt. Und gleich vorweg, da wird nichts verkauft, ich möchte euch nur zeigen, wie es bei mir funktioniert hat und eben bei all meinen Athleten. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen und jetzt kommen wir schon zum zweiten Faktor, nämlich das Training. Welches Training ist speziell für das Abnehmen in kürzester Zeit perfekt? Richtig, das High-Intensity-Intervall-Training. Warum? Weil wir eben 5-6 Mal so viel Kalorien verbrennen, wie bei kontinuierlichen Kardio-Einheiten, sprich beim Laufen gehen oder Radfahren. Also es ist nicht nur extrem effektiv, sondern wir bauen auch eine Grundmuskulatur auf, weil wir eben nicht zu stark in den Ausdauerbereich gehen. Also ein perfektes Kraft-Ausdauer-Workout. Was eben noch dazu kommt, ist, dass wir beim High-Intensity-Intervall-Training, dass ich es rausbekomme, auch einen Afterburn-Effekt haben bis zu 48 Stunden. Das heißt, auch bis zu 48 Stunden nach dem Training wird noch effektiv Fett verbrennt. Und verbrannt, verbrannt, ja verbrannt. Dabei rast eben der Puls in die Höhe, wir verbrennen extrem viel Kalorien, bauen eine gute Grundmuskulatur auf und genau haben dann eben auch noch den Afterburn-Effekt. Das heißt, High-Intensity-Intervall-Training ist das absolut beste Training, um in kürzester Zeit eben extrem viel Kalorien zu verbrennen und fit für den Sommer zu werden. Und natürlich habe ich für euch genau jetzt so ein High-Intensity-Workout zusammengestellt, dass wir jetzt gemeinsam durchziehen können. Also, ich würde sagen, wir starten jetzt schon direkt los. Ihr braucht dazu absolut gar nichts, das Workout dauert 10 Minuten. Es sind 10 verschiedenen Übungen mit eingebaut, also wir trainieren 45 Sekunden und danach haben wir 15 Sekunden Pause und das eben 10 Mal. Also, ihr könnt das Workout überall machen, auch jetzt zu Hause, wenn du jetzt auf deinem Handy schaust oder auf dem PC schaust, einfach aufstehen und mit mir direkt los trainieren. Denn ihr wisst ja, der Sommer kommt bald. Gut, Freunde, wir starten mit dem Mountain Climber. Es geht los in 3, 2, 1, go! Gut, jetzt noch 10 Sekunden Pause und dann geht's los mit den Switch. Also, wir berühren unsere Knie. Los geht's! Gut, die nächste Übung ist extrem heftig, also Burpees mit Broad Jump. Also, wir machen einen Liegestütz, gehen runter, Liegestütz, springen hoch und machen den Broad Jump. Das ist eine Wiederholung. Und, los geht's! Das ist gerade passiert. Nächste Übung ist eine Bauchübung, nämlich Bicycles, also wir fahren wie mit dem Rad und berühren mit den Ellbogen immer das gegenüberliegende Knie. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist schon richtig heftig Freunde, die Insekten kommen auch schon hier, gut, nächste Übung Leg Side to Side Plank, also einfach hier in die Plank Position und ein Bein nach links außen und das rechte nach rechts außen. It's too late now I remember everything And how careless we could be Gut, die nächste Übung, bei der nächsten Übung sprinten wir 10 Sekunden und danach haben wir 5 Sekunden wieder Pause und danach wieder ein 10 Sekunden Sprint. Gut, dann jetzt geht es los in 3, 2, 1, go! So schnell wie möglich vorne mit den Helden mitarbeiten Gut, dann geht es los in 3, 2, 1, go! So schnell wie möglich we could be Late nights, long fights It felt right We were alive We would go out We were so loud We were so proud We had no doubts Weekends And weekdays We'd spend Our own way Und los geht's Jetzt bis zum Schluss durchbeißen Kämpfen vorne Heftig Jetzt wieder eine Bauchübung Nämlich Leg Raises Also Wir heben die Beine Ein kleines Stück hoch Und dann Ein kleines Stück runter Los geht's It's too late now I remember Every scene And how kill is we It's too late now I remember You and me And how kill is we It's too late now I remember Everything And how careless We could be And how careless We could be And how careless We could be Gut Jetzt kommen wir zu Sidejumps Also einfach Ein Bein hinter dem anderen geben Und Sidejump 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 Und Los geht's And how careless We could be And how careless We could be And how careless We could be And how careless It's too late now I remember You and me And how careless We could be Segma Sehr gut. Jetzt machen wir Plank Crunches. Also wir gehen wieder in die Plank Position und machen gleichzeitig Crunches. Also wir fahren mit der Nase den Boden entlang zurück und mit dem Arsch hoch. Die, die, go! Sehr gut, und jetzt schon die allerletzte Übung, also ein effektives, extrem effektives Workout, nämlich Ausfallsprüge, Datenmarten mit einem großen Ausfallsschritt, gehen runter und starten, eben los, los geht's. Wir fingen back, matter of fact, making racks, where it's at, at my back to the mat, not in that, that's a fact, we attack in our back, go we act, go we act, like a black, up attack, all my breath, out the staff, throw a jab, give a crap, we relance on the mens, got a plan better than, most brands, god damn, I'ma rhyme till I die, never lie, that's a lie, I don't try, I depart, get to die, that I'm right, yeah. Ja, wow, sehr gut. Das war's jetzt, Freunde. Ich hoffe, ihr spürt euren Körper genauso gut wie ich. Ich merke richtig, wie das Fett hier verbrennt wird. Mega geil. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wie wir gemeinsam trainiert haben. Zeigt es mir. Mit allem gefällt mir. Und deine Meinung zählt. Also schreib unbedingt in die Kommentarbox, wie geil du dieses Workout fandest, damit auch die Community weiß, ob sie dieses Workout mitmachen sollen oder nicht. Mach das bitte und motivier so auch du die Community, damit sie dieses Workout mitmachen. Jetzt würde ich mich noch freuen, wenn du mir auf Instagram folgst oder auch auf Snapchat. Ich verlinke euch die Links unten in der Infobox. Und vergiss auf absolut keinen Fall, die Aboglocke zu aktivieren. Dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal wieder. Mach es gut, dein Sascha. Peace. Du bist in der Endcard drinnen. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Ja, mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus. Click it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation anlassen. Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Oh yeah, 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 yeah.